hallo und herzlich willkommen zur open beta von the elder scrolls legends dieses wochenende gestartet und ich bin gespannt wie ein flitzebogen wie dieses spiel ist die schrift rollen der alten zeigen was war und was noch kommt sie haben mir so manches aufgezeigt spart euch die geschichten alter mann damit schaffen wir keine sperre unser kriegshäuptling stirbt unsere feinde sammeln sich erneut wir müssen kampfbereit sein wir sollten gehen kellen wir haben die schriftrolle und dieser hier wird hat blut in der luft geduld nag ich habe hier noch etwas zu sagen geschichten können erstaunliches bewirken spermaid sogar wenn sie unwahr sind diese hier solltet ihr hören sie stammt aus dem großen krieg in dem das reich fast unterging es begann als die hochelfen alle kaiserlichen klingen niedermetzelten sie und ihre verbündeten nannten sich neuer altmeribund und fegten über das land hinweg sie nahmen sogar die kaiserstadt ein der kaiser flog im norden und überließ syrodil den angreifern dies handelt von einem vergessenen helden der geschichte gemacht hat soja das war ja schon mal ein episches intro dann werden wir mal gucken was haben wir hier wähle deinen avatar das sind hier diese kajit diese katzen menschen die kajit sind schnell und flink was sie zu den besten dieben tamriels macht kajit erhalten schneller karten die dich für geschickte angriffe auf seine gegner belohnen jetzt haben wir hier noch die nordmänner die aus den unwirtlichen bergen von himmelsrad stammenden nord sind gefürchtete und kühne kämpfer nord erhalten schneller karten die dich für das unerbittliche angreifen deiner gegner belohnen ok haben wir hier die orc das volk aussehen von rotarischen und drachenschwanz bergen ist für seinen handwerker und krieger bekannt du hältst orck karten schneller mit denen du andere orcs in den kampf führen kannst die rot war donne die menschen von hammerfall sind die talentiertesten und geschicktesten krieger tamriels rot war donne erhalten schneller waffen bezogene karten waldelf der erfolg stamm aus dem wall im wald bringt die besten bogenschütze von tamriel hervor die jagd auf unachtsame eindringen machen waldelfen erhalten schneller karten die geschwächte gegner zum ziel haben die argonia dieses reptilien volk aus den türkischen sümpfen des schwarzmarsch ist bekannt für seine angeborene ausdauer argonia erhalten schneller karten die für längere partien besonders geeignet sind bretone meine güte was gibt es hier alles die männer und frauen von hochfeld sind bekannt für ihre hohe zauberkunst die sie oftmals vor schaden bewahrt bretone erhalten schneller karten die schaden abwehren können dunkel elf die dünnmeer sind bekannt für ihre magischen fähigkeiten und ihr talent für heimlichkeit dunkel elfen erhalten schneller karten mit denen du die macht der gefallenen nutzen kannst hochelfen alter die alte mehr gehören zu den ältesten und intelligentesten völkern tamri sie besitzen eine natürliche verbundheit mit der magie hochelfen erhalten schneller zauberkarten die kaiserlichen jetzt hoffentlich die letzten die ureinwohner von zio deal haben einen ruf als gewiefte taktiker und ausgezeichnete diplomaten kaiserliche erhalten schneller karten mit denen du große armeen aufbauen kannst sehr gut und ich habe mich auch schon entschieden für die dunkel elfen ach so avatar das fähig gut los geht es überhaupt noch würdige krieger im reich dieser nord sieht gut aus bringt den sterblichen vor und sein gegner doch es gibt mal weg irgendwie war das intro verpackt jetzt kann man aber das nochmal machen oder wie ne ne tut mir leid er ihr als im Moment gab es ein prolog auch äh äh da ja dann gehen wir erstmal in den prolog oder ist das nur das Video ja es überhaupt okay aber irgendwie stimmt hier was nicht hoch schalten mal um machen die musik ein tick leiser so so ich habe jetzt noch mal ein bisschen rumgestellt und ja ich hoffe jetzt dass die Videos dann funktionieren ähm wir starten jetzt einmal mit Kapitel 1 die Kampfgrube okay warum habe ich das Gefühl dass sie uns ohnehin töten werden spiele deine kreatur aus also kein tutorial oder so okay kostet ein kriege ich pro runde magica okay ich hätte es gerade mana gesagt ablagestapel was ist hier egal wir spielen die kreatur in der reihe wer und was ist das jetzt runde zu ende okay ah jede runde kriegt man ein derben okay das ist wie Hearthstone greife eine gegnerische kreatur mit deinem hoppla an den da wenn kreaturen miteinander kämpfen fügen sie sich gegenseitig schaden zu mhm keine angst ich erledige das wenn kreaturen kämpfen verursachen sie entsprechend ihrer macht schaden oh kann ich nach dem ausspielen noch angreifen gute Frage greifen wir erst an senke die Gesundheit deines Gegners auf 0 umzuge ja die werden uns nicht entkommen haben sie überhaupt mit dem blut du hast einen gegenstand gezogen spiele schwere streit axt um eine deiner kreaturen zu verbessern plus 4 plus 1 ok jetzt hab ich euch ihr seid recht gut mit eurer axt BÄM gemeinsam hätten wir vielleicht eine chance ok die frage ist ja immer spielbelohnung ok die frage ist ja immer wie sich das mit den mikrotransaktionen verhält in dem solchen spielen mit boostern kaufen oder karten kaufen und so da bin ich immer so ein bisschen skeptisch werden wir mal sehen wie sich das hier entwickelt wir öffnen mal unsere belohnung würde ich sagen für den ersten kampf bei einem stufenaufstieg kannst du die karten in deiner sammlung verbessern mhm mhm also statt Booster öffnet man hier so Bücher ok auch klar Mitglied mhm zermalmender Schlag und Wallenwaldjäger Waldelf ja gut wir spielen ja jetzt eher Dunkelelf ne Kapitel 2 ich bin Tür von den Klingen wir zwei gegen ein Dutzend von denen fast ausgeglichen mhm die Flucht ja machen wir mal gehen wir mal rein gegen die deutsche Kultisten zack wieder ein Hoppla die meisten Spiele verwenden zwei Reihen Kreaturen können aber nur Gegner in ihrer eigenen Reihe angreifen aha wähle eine Reihe für deinen Hoppla ah links oder rechts ok äh äh wenn du ein Ork Clan Mitglied platziert hast stärkt er sofort eine deiner Kreaturen wer sich mit meinem Clan anlegt legt sich mit mir an greife jetzt den Akolyt von Boetia an um ihn auszuschalten mhm meine Klinge ist durstig das vergessen verschlinge aus sie werden knien vor dem Fürsten der Heimtücke äh nimmt man die jetzt mit bringe den Walenwälder Jäger ins Spiel und vernichte die Kreatur deines Gegners nicht gerne das passt ja sparen ein Schaden auf sie und bämm und nochmal hallo nochmal ja also Hearthstone Magic oder was auch immer in ähm ich werde ihre Knochen zermalmen was hat er da eins zwei was kann man das nochmal lesen oder wenn ich da eine gegenseite äh zwei ja Magic oder Hearthstone in ähm schöner Manier hier das sind einmalige Fähigkeiten Verursache drei Schaden auch nicht schlecht ähm würde ich sagen Glück über euer Haus zack für das grün älter scrolls the magic man 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 ihr blut wird poetia milde stimmen könnte mir aber vorstellen dass das echt gut ist weil das ja doch dein Gegner ist fast besiegt gib ihm jetzt den Rest fans hat ne kann ich das auch auf ihn machen ja ihr entkommt nicht Reef wird euch vernichten glaube ich nicht Sack Spielbelohnung äh links rechts links rechts links rechts 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 Feuerkobold wurde deinem Decken zugefügt Medikus der Sonnenfeste ok ich wette das ist Reef diese Sterblichen dürfen Lord Narifins Pläne nicht verraten vernichtet sie so und weiter geht's mit Kapitel 3 dunkle Vorzeichen Wollen wir mal sehen Wollen wir mal sehen Ah Du verwendest Magiker um deine Karten auszuspielen Hm 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 Deine Magiker steigt in jedem Zug um eins. Ihr Tod wird dem Kaiserreich Ruhm bringen. Schön. Banda, verfluche euch! Jetzt bezahlt ihr! Das wird er dembestimmt angreifen. Das dachte ich mir doch. Das ist ganz gut. Zeigt mir eure Wunden! Dann hält er den nämlich durch. Der wird wahrscheinlich den dann gleich weghauen. Und dann machen wir den. Kaiserliche Soldaten ergeben sich nie! Auf die Seite. Und fertig. Ich bade in eurem Blut! Oh, ich glaube nicht. Okay, das ziehen wir. Beursacht drei Schaden. Das ist natürlich ganz geil, weil dann können wir das darauf machen. So, dann haben wir ihn in dieser Runde, würde ich sagen. Schade. Können wir beide spielen, ne? Wir halten die Linie! Halt! Im Namen des Jarl! Keine Gnade! So, jetzt haben wir ihn aber. Nächste Runde. Oha. Keine Gnade! Ich wollte damit irgendwas machen. Und... Bäm! Ihr seid stärker als ich dachte, Sterblicher. Aber ihr werdet die Auslese nicht verhindern können. Blut wird fließen. Und mein Meister wird Finsternis in dieser Welt entfesseln. Mhm. Weißlaufer-Rekrut. 4-2. Okay. Ah, kann ich das verbessern. Ich bin jetzt einer da. 6-2. Okay. So, hier. Gut. Die Worte des Dremora verunsicherten den Helden. Er zog nach Norden, um Laneth zu finden. Eine mit Tür befreundete Zauberin, die sich mit den Daedra auskennt. Doch die Straße dorthin war voller Gefahren. Wen haben wir denn da? Ihr schuldet das Wegzoll. Normaler Preis. Geld oder Leben. Kommt schon, alter Mann. Ihr habt ganz sicher noch mehr Geld. Wir haben kein Geld. Und unser Leben zu nehmen... Kapitel 4. Raubüberfall. Raubüberfall. Okay. Jeder muss Wegegeld entrichten. Noch ein neuer Aspekt hier. Was ist das? Hm, ne. Dann... Geld oder Leben. Hm. Die Macht des HIST durchdringt mich. Wir sind in der Unterzahl. Erledigen wir ein paar, bevor wir überrannt werden. Ja, darf ich erstmal hier... Danke. Äh, pass auf. Zeigt mir eure Wunden. So, der hat jetzt 1, 4. Ich mach erstmal den weg. Und dann würde ich sagen, bringen wir den noch raus. Halt! Im Namen des Jarl! Ihr werdet mich nicht einmal kommen. Jedes Mal, wenn du eine Rune verlierst, ziehst du eine Karte. Die Serie wird ungeduldig. Sturmangriff-Kreaturen können sofort angreifen. Ah, Haste. Sehr gut, sehr gut. Ähm, pass mal auf. Dann... Ich bin zu allem bereit. Für Glanz und Gedärme. Äh... Kämpft gegen mich, grunzender Skjewa! Sagt mir, wo es weh tut. Okay. Fertig. Ihr werdet mich nicht einmal kommen sehen. Jeder muss Wegegeld entrichten. Das ist gut. Ich besetze die Mauer. Kämpft gegen mich, grunzender Skjewa! Für Glanz und Gedärme. Sagt mir, wo es weh tut. Ja, das war gut. So. Fertig, ja. Dipp, dip, 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 dip. Was? Alter. Was ist das denn? Oh, praktisch. Äh... Das war gut. Kämpft gegen mich, grunzender Skjewa! Nicht in meiner Stadt Der Feuerwehr kommt zurecht Nimmst das Gold und lauft weg Ja, das bringt ja auch nichts Hm, sechs Mana Ist eigentlich egal, weil So Bäm Sehr schön Sieg Verschonen Oder töten Dafür gibt es eine andere Karte Okay Stahlkrumm Säbel plus Was weiß ich Wenn ich da eine Kreatur Mit zwei Macht Oder weniger Wir sind mal Gnädig Barmherzigkeit kann lohnend sein Das habe ich ganz cool gemacht So, dann schauen wir mal Was haben wir hier Alles klar Oh, bestimmte spezielle Bedingungen Dein Gegner Dein Gegner beginnt diesen Kampf Mit einem Altmeerbeschützer In jeder Reihe Okay Ja, Kapitel 5 Flüchtlinge Das heißt, ich kann ihn wahrscheinlich nicht angreifen vorher, bevor die nicht platt sind Halt Im Namen des Jarl Bei den Armen Ich werde niemals aufgeben Zuerst müssen die Wächter vernichtet werden, bevor du andere Gegner in ihrer Reihe angreifen kannst Ah, okay Ähm Wer sich mit meinem Clan anlegt, legt sich mit mir an Okay Kämpft gegen mich, grunzendes Geber Ja Ihr habt keine Ahnung, welche Macht ich befehlige Kinderspiel Okay So, haben wir die schon mal weg? Ich habe keine Ahnung, welche Macht ich befehlige Ich habe keine Ahnung, welche Macht ich befehlige Zwei, drei Ich habe doch erstmal den raus Warn da, verfluche euch Kämpft gegen mich, grunzendes Geber Meine Klinge ist durstig Okay Okay Ah, dann haben wir auch einen Wächter Zwei Warte auf, befehle So Für das Grün Angreifen Ja gut Ähm, haben wir da jetzt vier Drei Kaiserliche Soldaten Meine Klinge ist durstig Oh Jetzt werdet ihr sterben Ihr habt keine Ahnung, welche Macht ich befehlige Nervt Denen geht die Zeit aus Ah, der Feuerwehr Der Feuerwehr Ganz gut Aber ich brauche jetzt auch erstmal Damage Irgendwie Das ist schon mal gut Ich bin zu allem bereit Meine Klinge ist durstig Äh, warte mal Keine Gnade Für Glanz und Gedärme Für das Grün Naja, kann ich nicht angreifen, ne? Ist das ein Wächter? Ja Für das Grün Okay Ähm Zeigt mir eure Wunden Ja Lohkans Lügen Diese Zeit endet heute Bei den Ahnen Ich werde niemals aufgeben Ich glaube, ich habe ihn aber Meine Klinge ist durstig Keine Gnade Ähm Ah, war schön Spicki Schon ein bisschen schwerer So Schauen wir mal hier rein Kartenverbesserung Schwarmarbeiter Schwarmkrieger Oder Schwarmverteidiger 3-6 oder 6-3 Gute Frage Angriff Durchbrechen ist sowas wie Trampel Okay Gut Sie mieden nun die Straßen Doch natürlich hat auch die Wildnis ihre Töten Kapitel 6 Kapitel 6 Das hungrige Rudel Was haben die? Beide Reihen in diesem Kampf sind Schattenreihen Was immer das heißt Okay Auf geht's Die Nacht verleiht den Wölfen Deckung Du kannst sie erst angreifen Wenn sie sich zeigen Bleibt wachsam Oder diese Wölfe kommen aus den Schatten Und zerfetzen uns Kreaturen in einer Schattenreihe Erhalten eine Runde lang Deckung Kreaturen mit Deckung Können nicht angegriffen werden Na super Das ist ja herrlich Sehr schön Ich mach gleich 3 Schaden in die Fresse Jetzt werdet ihr sterben Halt Im Namen des Jahres Fahrt ihr Die greifen jetzt beide Ine Bestimmt Sobald ins Spiel gebracht Sind Unterstützung Karten permanent Und geben dauerhafte Verstärkungen Cool Das ist gar nicht schlecht Künat Geist des Himmels Leite uns Kämpft gegen mich Grunzen, das Gäber Und fertig Leitwolf Andere Wölfe Oh Okay Ähm Das ist ja Warme da Verfluch euch Ein Schaden ok super kämpft gegen mich grunzen das gäbe nö ich bleib bei ihm 1 1 1 rüber Okay. Alter. Jetzt bräuchte ich eine Feuerwehr. Schade. Sechs. Rechter. Das ist, glaube ich, ganz gut auf der Seite erstmal. Kämpft gegen mich, grunzender Skaver! Für das Grün! Ja, ich glaube. Das war gut, der Wächter. Das ist schon gelohnt. Alter. Noch ein Wächter. Okay. Warte auf, Befehle! Plus zwei, plus zwei. Das könnte, glaube ich, ganz gut sein nochmal. Und da kann man schon reifen. Perfekt. Für das Grün! Und hier, das war's, ne? Ja. Alter, so viele Wölfe da. Können eigentlich immer noch. Sehr schön. Aber das war ganz gut. Naja, Wächter hat gute Arbeit geleistet. Okay. Es gibt einen Plan. Es gibt immer einen Plan. Ähm. Wasserschul. Das ging ja. Zwischendurch, nachdem sie die Bestien besiegt hatten, hörten sie ein leises Winseln. Ein Wolfsjunges. Nahmen sie es auf? Hm. Gute Frage. Prophezeiung, schicke eine Kreatur auf die Hand ihres Besitzers zurück. Plus zwei, plus ne? Solange du die meisten Kreaturen in dieser Reihe hast. Schneewolf. Hm. Also, entweder wir nehmen den Wolf mit. Haben eine 1-3-Kreatur für zwei. Und plus zwei, plus null. Das ist schon ganz cool, oder? Aber schicke eine Kreatur auf die Hand des Besitzers zurück. Und Bouncer. Auch nicht schlecht. Vertreiben. Für drei. Ja, ich glaub, die sind das. Ja. Sie glaubten, es würde zu einem starken Gefährten werden. Na, mal sehen. Spielbelohnung. Ja. Grat, Waldräuberin. Prophezeiung, beschwerung und füge allen gegnerischen Kreaturen in dieser Reihe einen Schaden zu. Oh. Durchdringender Speer. Vernichte eine Kreatur. Das ist gut. Wir sind da. Das ist Lanets Haus. Und das Wimmel von Kultisten. Lanet steckt in Schwierigkeiten. Kommt! Kapitel 7. Zerschmetterte Hoffnung. Das haben wir hier als... Dein Gegner beginnt diesen Kampf mit einem Kultisten vom Botja in jeder Reihe. Na, den. Den Matau. Gut, dass die Stimme auf dich zu... Oh, na. Ihr kommt zu spät. Die Zauberin ist schon meilenweit entfernt. Bei der Königin der Schatten. Verleiht mir Stärke. Bei der Königin der Schatten. Sie werden knien vor dem Fürsten der Heimtücke. Glaube ich nicht. Okay, ich kann erst mal nur einen rausbringen. Halt, im Namen des Jarl. En garde. Hä? Bei der Königin der Schatten. Bei der Königin der Schatten. Törichter Sterblicher. Ihr Tod wird dem Kaiserreich Ruhm bringen. Kämpft gegen mich, grunzender Skever. Der Wächter ist ja ätzend. Bei der Königin der Schatten. Bei der Königin der Schatten. Törichter Sterblicher. Wenn du eine Prophezeiungkarte ziehst, nachdem du eine Rune verloren hast, kannst du sie kostenlos ausspielen. Siehe den Gratwaldräuber zu einer der Reihen. Cool. In dieser Reihe ein Schatten zu. Ja, geil. Es ist genug für alle da. Sie werden knien vor dem Fürsten der Heimtücke. Ihr Blut wird Boetia milde stimmen. Sehr schön. Der Schneewolf, auch eine schöne Sache. Wir haben drei, ne? Verursacht ein Schaden. So. Achso. Nee, warte. Kämpft gegen mich, grunzender Skever. Bei Hilsine. Geht's mal hier ein bisschen. Auf die Ommel. Oh. Bei der Königin der Schatten. Okay. Hm. Schlammkrieger. Das ist jetzt die Frage. Ich glaube, so ist besser. Kämpft gegen mich, grunzender Skever. Jetzt bezahlt ihr. Oh. Prophezeiung. Kann ich so schnell lesen, was das war. Ah, die haben auch Schatten, ey. Okay. Bei der Königin der Schatten. Ich bin zu allem bereit. Für Glanz und Gedärme. Kämpft gegen mich, grunzender Skever. Kämpft gegen mich, grunzender Skever. Muss ich angreifen? Kämpft gegen mich, grunzender Skever. Ja, wenigstens ein bisschen Schwächen. Bei der Königin der Schatten. Nerevas Ehre ist bei mir. Oh. Das ist gut. Oh, da hat er ja keinen, ne? Für Glanz und Gedärme. 2, 3, 1, 1. Ich könnte ja zwei rausnehmen. Dann hätte er da aber noch den zweiten. Nee, ich gehe drauf. So. Oh, sehr schön. Vernichte eine Kreatur. Ähm. Dauerhaft ist das auch gut. Geist des Himmels, leite uns. Bahn da, verfluche euch. Für Glanz und Gedärme. Beide auf 8. Richtig spannend hier. Gucken. Geist des Himmels, leite uns. Genug gespielt. Oh. Oh, scheiße. Nerevas Ehre ist bei mir. Ihr Blut wird Boetia milde stimmen. Ich brauche jetzt was. Ja, jetzt wird's was. Für Glanz und Gedärme. 4. 3 Schaden. Halt. Wir wissen, wohin sie eure Freundin gebracht haben. Oh, Gott. Das war aber knapp. Titel haben wir. Okay. Dann gucken wir uns gleich an. Erstmal hier. Kartenverbesserung. Der schnappende Droik. Böser Droik. 3, 4. Oder Droik Panzer. Bringt plus 3, plus 3. Vergnichter. Eine gegnerische Unterstützungskarte. Gute Frage. Gute Frage. Da wir, glaube ich, noch nicht sowas haben, ist das gar nicht schlecht. Nehmen wir mal. So. Nehmen wir mal. Oh. Was ist das? Nix. Oder was heißt das? Komisch. Na, dann schauen wir hier mal rein. Du hast ein Kartenpaket verdient. Sieh es dir mal an. Okay. Ah, das ist ein Booster. Okay. Das ist echt wie Hearthstone. Schaff schon zu schmerzen. Besänftigen. Gib eine Kreatur in diesem Zug minus 4, minus 0 und kostet nix. Das ist ja geil. Vertreiben. Schicke eine Kreatur auf die Hand hier aus Besitzers zurück. Achso, hier hatten wir die Scharfschützen-Sperren. Verursacht einen Schaden. Die kannten wir ja aber schon aus dem Spiel. Sturmangriff. Also Haste. Nordhigh Spawn. Null Mana, 1,1. Cool. Pfeilhage. Vernichte alle gegnerischen Kreaturen mit 2 Macht oder weniger in einer Reihe. Und Zwergenrüstzeug. 5 plus 5 plus 5. Pakete können in Spielen gewonnen oder im Shop gekauft werden. Genau. Da. Das ist der Knackpunkt. Wie sehr braucht man diese In-Game-Zahlung? Ein Paket kostet 100 Gold. Das kann man sich wahrscheinlich hier erspielen. Oder 2,99, 9,99, 19,49, 69. 60 Pakete. Also um und bei ist das dann, je mehr man kauft, desto günstiger. Dann so 1,50 Euro oder sowas. Oder keine Ahnung. Naja. Das werden wir erstmal nicht machen. Schauen wir mal, wie weit wir so kommen. Kapitel 8, Schwimmt in der Nacht. Fügen wir neue Karten zu deinem Deck hinzu. Im Deckplaner siehst du rechts am Bildschirm das Deck, das du gerade erstellst. Die Karten deiner Sammlung findest du links. Wähle eine Karte aus oder ziehe sie aus deiner Sammlung, um sie deinem Deck hinzuzufügen. Entferne nun eine andere Karte, indem du sie auswählst oder sie aus deinem Deck ziehst. Decks bestehen aus 50 bis 70 Karten. Du kannst so lange Karten hinzufügen oder entfernen, bis dein Deck genauso ist, wie du es dir vorstellst. Sobald du dich entschieden hast, wähle fertig. Okay, dann schauen wir einmal, dass wir hier noch so Neues haben. Das ist auch nicht schlecht, ne? Ja, erstmal fertig. Wähle ein Deck. Dieses Deck wird freigeschaltet, wenn du Kapitel 8 der Kampagne abgeschlossen hast. Kapitel 14. Kapitel 11. Kapitel 20. Also gehen wir mal von 20 Kapiteln aus, die es gibt. Und die sind im 8. Na ja, das wird noch einen Augenblick gehen hier. Okay, wir starten auf jeden Fall jetzt mit Kapitel 8. Wieder Karten diese... Ach so, jetzt kann man hier so Mallygen auch machen. Okay. Ne, 1, 2, 3, fiel ich gut. Das behalten wir. Und spielen erstmal schon mal die Wache im Namen des Jarl. Und... Sagen wir mal... Glück über euer Haus. Okay, jetzt sind wir bei 2. Und bringen hier so ein Gollum raus, halb verhungert. Kämpft gegen mich, grunzen das Gäber! Warum haben die Schatten schon wieder? Ich bin dabei. Was heißt tödlich? Sowas wie Death Trash bestimmt, ne? Ja. Das Gift auf einigen Klingen sieht tödlich aus. Meiden wir die lieber. Beschwörung plus 3, plus 9, durchbrechen. Wenn die oberste Karte des Decks eine... Mountain-Karte ist, wollte ich schon sagen. Eine Stärke- und Willenskraft-Karte ist. Oder Stärke. Und wenn... Ah, eine Stärke-Karte ist. Okay. Ähm... Ihre Verteidigung wird nicht standhalten. Kämpft gegen mich, grunzen das Gäber! Hey, ne? Bei mein... Mhm. Mhm. Vier. Ja. Na, Sofengarde mit euch! kämpft gegen mich grunzen das gäbe so kämpft gegen mich grunzen das gäbe sie mit deckung haben nervt mich 3 1 macht das ist durchdringt mich diese kämpft gegen mich grunzen das gäbe ihr tod wird dem kaiserreich rumbringen die wasser des lebens das war doch gut jetzt bezahlt ihr wächter jetzt bezahlt ihr für das grün der wald ist meine kraft mein mut ich bin dabei diese bäume geben mir macht schon wieder ein wächter für das grün wer schickt euch ihr sieht nicht aus wie hey was ist da oben los wachen des bundes der argonja und der held erkannten ihren gemeinsamen feind der schmuggler mit namen schwimmt in der nacht stimmte zu genorden zu segeln und die zauberin zu suchen schwimmt in der nacht hat sich die angeschlossen ja gut denke ich titel spiel belohnt erster akte abgeschlossen nice ok wir schauen mal hier rein der schmuggler und der unberührte gewinne ein spiel ohne schaden zu erleiden ok was haben wir denn hier in der schule neues deck schwarzmarsch schmuggler geschicklichkeit und ausdauer ok und was haben wir hier ok gold sehr schön diebesgilden geeignet schwimmt in der nacht wenn ihr durch zyro die ihr schleichen wollt braucht ihr hilfe der diebesgilde seid ihr geschickt genug die ihr beitreten zu können gewinne drei spiele mit geschick schließequests im versus-kampf in der kampagne oder in der arena ach nichts geht über einen sturm ohne ist die seefahrt öde und piraten nein das sind bastarde behandeln ehrliche schmuggler wie gewöhnliche händler keine ehre unter den schurken ja das denke ich mal ist doch jetzt schon mal dann bevor es weiter geht ein guter zeitpunkt diese folge zu beenden und dann würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten wieder wenn wir dann die nächsten kapitel angehen bis dahin bleibt mir treu euer tito ja 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 ja